ist so hat man ihn nicht und egal wie schwer oder leicht der Zweite soll die Kacke ich nicht ich habe jetzt einmal 3 ich verkackte es ja die ganze Zeit ich bin jetzt aber es ist gerade darum gekommen wo ich jetzt gerade war mit der Passi das war mein erstes 2 wenn ich zum ersten auf dieses Teil ja endlich ein Teil er ist das zweite Mal auf diesem Teil kommt super alle angeben jetzt bin ich jetzt bin ich gesprünscht aber das ist glaube ich nicht so frustriert wie die andere Stelle das noch irgendwie mehr Spaß ja CR ich weiß auch was der Fehler ist warum warum manchmal so komische Buggysprünge was ein paar nicht anspringen hat er noch sagen kann er sich fixen so ist doch logisch wenn man gegen die Wand springt dass man da nicht mehr gleich weit springt als wenn man gerade ausspringt m ho wie schwer der hier ja klar den machst du mit einem Mal verkackt bei Zeiten für uns zum zweiten Mal verkackt sauber den hab ich ok per sie muss hier und dann hier oha der ist schwer noch ja da wenn man da verkackt ne das ist traurig wenn man hier verkackt auch nicht schützt sie mir nicht mehr verkackt aber richtig premium nein ja scheiße auch scheiße wirklich sehr gut es sind übelst gefährliche schickt man ja ob einheitlichen auch geschafft beinahe ohne jetzt kommt wieder verkacken ob du musst auf den nicht okay nichts passiert hey wie sich denn jetzt check den sprung nicht man kann ihr keinen anlauf nehmen so scheiße sind täglich in den nein die so gehen die da oben er auch mal kann doch anlaufen ohne 9 so was hast du ich gar nicht woher erhält hat der sport der sprung war zu schwer der sprung war viel zu schwer ja da war sie ja er hat er ja nicht geschafft den haben wir auch nicht geschafft ist das bitter das ist wahrscheinlich dann der ab und an vieler es ist leider sprung ein ähnliches danach kommt noch einer das weiße volle so was er vorletzte Sprung nicht verknüpft danach kommt richtig leichter und danach der Letzte aufs Beicht Kiki nah sie sich die Schiffe aber verbraucht bei den ersten drei Sprühen oder so braucht man kein Schiff doch sind schon ich brauche schon bei zweiten Katschiff mehr beim zweiten das aber bei den ersten drei Gesang abmann endlich an sie hat sich ich ich schaffte ihn ab flog bei den dritten Brotten auch kein Loll nein auch passierte erschrocken ich spielte die da ist genau wie drauf sobald dritten Brotten auch kein Schiff schaffen alles komplett durchwaschen ohne Schiff da war natürlich er noch weiter ist ja so zu easy noch nie den vierten Sprung kann auch ohne Schiff schaffen genau wie den 5 der vierte es ist klar dass man nicht da kann man direkt auch den siebten auch immer vor die Nacht nach hoch und hat sie ja in Ordnung ich kann noch ein für die Mittelfahrers ist aber so richtig hier der wird die Soße Hattie Fressor was mache ich waren ich hätte gerne den zweiten Widerschaffen die Challenge dauert lange ey ich schaffe die Zeit einfach nicht was mache ich falsch durch die Zeit ich kriege irgendwie kein Sprint hin die Kanzel bei einem Zweier kein Sprint bei einem Einer kann Sprint ja wenn ich abspringe ist der Sprint irgendwie weg ja du darfst nicht an die Mauer gucken abspringen dann ja ich guck an die Mauer um nach links zu ja ich die Mauer ist rechts von mir und der Sprung ist links wieso soll ich dich zur Mauer gucken ich sehe ich mich nicht an die Mauer ich bin die Mauer ich bin ich habe es ist nicht ich bin ich bin Amen Apropos danke dass du ab jedes Mal mein Axor geschrieben hast als mich gerufen dass bei Skype ich bin halt kein Ansichter aber es einfach nur wieder immer wieder die Widerfahrt ausgedrückt das Kopierlein ich habe das Kopier und Störungen vorgesehen wenn er es gepasst hat geschafft Leute die nächste Sprünge sind richtig aus er sieht jetzt noch die mit der Tür wo du einmal drum springen musste ja ich habe es in den richtigen Glasblöcken muss man das jetzt mit Glasblöcken machen es muss ja auch schon einmal da kann ich mich noch erinnern sind richtig viele schon ist es auch wieder das Abschlusstraining ja endlich mal Mann ja du musst da ich weiß dass ich gesagt hat das ist echt ärgerlich wenn man von da Ritter fällt da wo der Mini-Checkpoint ist was ja nicht schon Flo ja das ist richtig Präger gewesen und die abgeführt so erhält hübschen die 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 alles was du sagst so ich ich glaube es ist nicht so heruntergefallen so bist du gleich durch nein lange nicht muss er mal den Strungen ist richtig premium wenn man auch mit der fließe für mich ist es ziemlich scheiße weil ich da unten kommt zurückkomme weil ich da unten voll scheiße bin ist nein war das knapp ist ich führte jetzt sicher unerfallen ich habe mich erschrocken ja ich wollte ich nicht stören zum jahr in die gerede ja dahin ja das ist das erst zweimal auch dreimal geschafft die Leiter ist wohl unnötig man kann also seitlich anspringen boah ja online verkackt bestimmt aber aufs übelste habe ich den verkackt ja du musst dann die zwei ey René du bist wirklich der einzigste der bei diesen Sprüngen immer nach ganz unten fällt der einzigste war das EINERSPRUNG was ich machen musste nein aber trotzdem man wird eigentlich von der Einheit aufgefangen aber du schaffst natürlich ganz runter zu fallen er ist ja ohne gelaufen du bist echt premium René er war auf der Leiter droppen und er war weiter gelaufen du sollst es doch als beruf machen ach man failen also failer ja man ich fäll den zweiten immer das ist voll premium wenn ich den schaffe ich meine 1a der ist voll easy ja halt's maul mhm uku voll easy sagst du könnt ihr die sprache der wukis du hast du oder wie sie gesagt ich hab' ich schaffte nicht die sprache die jahre Prozent 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 das ist die Sprache des Bein ach man jetzt was mit irgendwas was wir wissen wollt sich ins Kuhl Google nein Google das nicht wie denn Level hat dieses diese diese Ok passier wie 120 oder so passier ja Google Anilingus nein tu das nicht Anilingus das ist total krank und widerlich ach nee halt's maul das ist voll cool das guckt sich jeder das guckt sich das guckt sich jeder heutzutage an und schauen sie keine Videos an Anilingus A-N-I-L L-I-N-G-U-S tu das bitte nicht passier ey man guck dir keine Videos an ohne Witz ich glaube irgendwie dass YouTube nicht solche Videos hat ich glaub nicht äh mit einem L ja dann halt mit einem L ist mir doch egal es ist eigentlich scheißegal echt es bleibt wieder fertig also bis hierhin ist ja kein Problem alles maul fuck jetzt bin ich zu weit gesprungen so ne bis dahin ist ja kein Problem ist so ey ich weiß gar nicht warum manche Problem ey ich hab jetzt hab ich den ersten geschafft das ist ja immer geschaffen und jetzt nicht boah mit Tony Finger weh ja wir sollten eine 20-minütige Pause machen ja ja normal wir sollten eine komplette Sommerpause machen so wie Pasi hast du es ja so gegoogelt oder nicht ja Floh das Internet ist ja was ganz Neues für uns alle ja das Internet ist Neuland für uns ja das leger fand ich noch Probleme damit mit Prozent so wie er es jetzt gibt es zu jetzt geht es sich zu nie liegen los bei C.U.N.N.I.L.I.N.G.U.S und danach Blotjob nein nein das ist das ist Philatio Marco wird jetzt gleich im Ernst mein ist das jetzt ja das ist mein Ernst so jetzt Philatio an die Lingus machen aber vor sehr viele Schwulen Schwule nicht unbedingt Philatio oder Philatio Philatio da leckt man sich bestimmt die Haare ja hm hm alter du bist wohl oh Gott Pasi weiß jetzt wo man sich daran leckt hm 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 ich weiß gar nicht warum manche Probleme haben an die zweite Leiter zu kommen ey das ist irgendwie es ja ja nein ich hab dran wie du feierst wenn du an die Leiter kommst ich ich war an der Hand dran jetzt war ich nicht mehr an der Hand habt ihr selber für den DS gespielt nein ich hab nicht ein Zelda Teil ja ja doch 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 hast du da meinen der einen in den Städten die Hühner angegriffen nein schade da bist du nämlich von ungefähr acht Hühnern verfolgt und die ziehen dir immer ein halbes Herz ab an und sie reden die sind etwas schneller endlich mal wieder ich bin irgendwie irgendwie an einer Mission bin ich weitergekommen da muss man mit dem Pfeil irgendwas abschießen aber ich wusste nicht genau wie man das steht wie man denn abschließen muss das war echt blöd schacken ich spür mal ich spüre meine Fußsohle nicht mehr Flo von da unten an beim zweiten Sprung ist ja alles easy ja das ist so einfach ne also wenn man da verkacken ne also Mann ich schaffe ich die scheiße nicht ich gut ging weil bei Boah Pasi Google irgendwas ist so Google mal Leitersprünge wie man sie voll fällen kann so wie jetzt Mann Ja Ha Ey du komm mal nach hier oben hier ist es langweilig Halt die Fresse Z fifsch und Fertig auf Fertig Vielen Dank.